Am eifrigsten noch bei den Bayern, Frank Ribéry. Mandzukic, Tor! Erstes Tor für die Bayern in der Rückrunde durch Mario Mandzukic. Kurs, 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 Kurs! Kurs! Der Bayern hat die Chance und das für einen. Der Schuss von Schweinsteiger und die Parade von Kassel. Da, Jägeri. Über die... Oh, das war von Marx. Katastrophal. Und der kleine Arantzschakini. Mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Für die Bayern. Affinja. 0 zu 5. Ja! 2-0! 2-0! Wieder der kroatische Nationalspieler Mario Mandzukic. Tonnummer 11! Der Volke Stuttgart hängt am Haken. Mandzukic. Tor! Und 0-2! Müller! Ribery ist da. Das verstarkt Martinez. Dicht im Absatz in der Mitte ist Ribéry. Das muss es sein, das ist es! Zwangfurt stellt sich super an! Und Bayern schießt das Tor! Über die... Genau das wollte er! Müller! Oh, war das schlecht innen verteidigt! Groß, 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 nach draußen gedrängt. Jetzt ist es weit, es geht hoch, denkst du, 1 zu 9. Für den Hüfte feiern. Aufgangspunkt dieser fantastische Befreiungsschlag, in Anführungszeichen, von Ribery. Und dann stellen sie sich in ganz schlicht. Gomes, Gomes, das wäre ein Einstieg, das ist ein Einstieg. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!